Ich werde jetzt den Rasen vom Rasenfreak zerstören, denn ich bin der Weihnachtsgringe. Ja, rauf auf den Gefrorenen. Hallo Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem letzten Video diesem Jahr vom Rasenfreak Andreas Kraus. Ja, wir haben das erste Mal Frost, aber sieht die rasendlich schön aus mit diesem herrlichen, weißen, reif auf den Gräsern. Wunderhübsch. Und das erste Mal wieder ein schönes Wetter. Ist das nicht cool? Die Sonne scheint vor den ganzen Tag. Es ist richtig kalt, es ist 0 Grad. Ich hoffe, der Rasen taut noch mal ein bisschen auf, damit ich auch rauf gehen kann. Denn da darf man ja nicht rauftreten, ihr wisst es alle. Ich möchte an dieser Stelle Dankeschön sagen, dass ihr dabei gewesen seid das ganze Jahr. Dass ihr meine Videos geschaut habt, dass ihr sie kommentiert habt, dass ihr sie geliked habt, dass ihr mich abonniert habt, dass ihr so tolle Kommentare und sehr liebe, viele liebe Kommentare unter meine Videos geschrieben habt. Danke dafür. Das freut mich unheimlich. Das berührt mich auch unheimlich und das finde ich total cool. Das motiviert mich auch weiter zu machen und weiter Spaß auch zu haben mit meinen Videos. Dass ihr auch Spaß habt mit meinen, mit unseren Videos. Und meine Frau bin ich nur die Hälfte, das wisst ihr. Ja, die beste Frau der Welt. Die macht das mit und das ist echt wunderbar. Auch mal hier an dieser Stelle Danke an meine Frau, dass sie das hier auch mit mir erträgt. Ja, wir machen weiter nächstes Jahr. Und natürlich, warum auch nicht. Solange mir das Spaß macht, mache ich weiter. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz geruhsame, erholsame, besinnliche, gesegnete Weihnachtsfeiertage. Kommt gut ins neue Jahr. Rutscht nicht aus. Und dann sehen wir uns im nächsten Jahr. Macht's gut. Tschüss, euer Rasenfreak. Macht jetzt auch Weihnachten. Und dann sehen wir uns im nächsten Jahr. Und dann sehen wir uns im nächsten Jahr. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020